Gibt da irgendwo ne richtige Waffe? E oder F? E Mann, die cheaten hier schon wieder Dalu, die Lobby wird ein bisschen hoch sein Das ist wirklich krass Nee, Dalu ist nicht schlecht in CS Dalu war L.A.M. Supreme, ich sage jetzt Dalu war L.A.M. Supreme, das was für ein Hate Dalu wird nicht Bottom-Tracker in der Lobby, sage ich Mehr Fracks als Reuter Ich war jahrelang global, du Hater Wann? Guck dir die Skins an die da, der muss krank sein In den letzten Jahren wollte ich mir noch dafür bezahlen Dass ich auf Global Booster und jetzt mir sogar deine Akiabara dafür gehen Ich hab dir ne Challenge gegeben Und war klar, dass du sie nicht schaffst Ja, weil du da nicht mehr die Lobby gejoint bist, weil es knapp geworden ist Gassel 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 Er spielt aber auch den ganzen Teil. Du spielst zu deiner frei ZDM. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Der hat einen Frack. Fibo hat doch gar nicht gechattet, oder? Doch. Ich hab gleich gestern, ich hab dich nur nachgemacht. Ich hab zwei AP. Er hat nur zitiert. 2 lang kann der rum rausgehen. 1,1 rechts an der Kante. 1,1 rechts an der Kante. 3 lang. Was macht ihr da schon viele Funs? Korna noch einer lang. 1,1 links. 1,1 rechts. 1,1 rechts. 1,1 rechts. 1,1 rechts. Diegel im Pit. Diegel im Pit. Diegel im Pit. Diegel im Pit. Die Bombe her geschenkt. Oh, ist das ein... Hast du mir vorbei? Ich hab links. Ich hab zwei AP halt. Fibo und Leck da ja rum. Okay, da war's. Okay, da war's auch nicht. Okay, da war's auch nicht. Die Smoke war Käse. Ja, okay. Ich wollte es noch sagen. Warum jetzt genau kannst du erläutern? Ja, weil wir die Runde fließt ins Gold hätten. Meinst du, ich bin mit zwei AP, ja? Nee, aber ich konnte die Kante nicht halten. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja. Warum haben die jetzt schon wieder ein Time-out? Wenn einer gegangen ist. Jetzt spiel ich mal eine gute Waffe in der Lobby. Ich will die gar nicht hingucken. Warum hast du denn... Warum hast du denn... Warum gehen die alle? Die lieben alle? Gehen einfach. Ich bin Shan. Wird sich immer ein Elefanten aus sein. Bild hat aus Versehen wieder angemacht. Und ich guck halt genau hin. In Shan ist Reh. Oh, das hatte ich letztens... Nee, beim Pokereff war das mal Thema. Fibo, weißt du, Shan Shan das Lied kennst, oder? Ja. Wer hat das gesungen? Roses. Scheiße. Wer wusstest du das? Na... Bekanntheit. Der kennt alle Musik denn der. Ja, Fibo kennt alle Musik, ja. Kylian spielt den ganzen Tag, Fibo hat nur Musik. Und was machst du? Ja. Spiel auch. Du hörst auch Musik, aber die gleichen zwei Songs. Ja. Ja, das ist leider wirklich so. Ich hab drei Playlisten und da sind immer dieselben die da drin. Oh nee, heute hab ich die Marshall Mathers EP gehört beim Pokémon Go spielen. Damn. Weil das ist doch jetzt so ein Ding, die Jugend will Eminem canceln. Wegen den alten Liedern, die der vor 20 Jahren gemacht hat. Toll. Und da wollte ich mir anfangen, warum? Dann hab ich mir das angehört und dachte, ja, okay. Ich habe, seitdem wir Royal angefangen haben, auch nur ein einziges Lied die ganze Zeit. Was machen wir denn, wo wir jetzt geforst haben? Wir können euch mal vielleicht Bären testen. Pipo hat nicht mal das Gorillas Cover gerafft. Was? Was? Was redet der? Ich weiß nicht mal, um was es geht. Wollte nicht grad gesagt, wir testen Bären. Ja. Einer durch, einer nur durch. Ich fragte, wenn es sich Bären testet. Einer testet. Ach, ich lagge, man. Mitte links, Mitte links close. Oh, nur einer bei dir dann. Der Bär hat aber noch mal einen Motorrad. Mitte rein. Der ist links wieder raus. Rechts weg. Recht kurz off. Da, du kannst mitkommen. Was? Wollen wir denn da? Der ist irgendwo rechts. Ganz links ist gekehrt. Ja. Tür oder K? Tür. Abloh. Ja, haben wir, haben wir. Vielleicht K noch. Kann er die Bombe mitnehmen? Ich hol dir, ja. Lang raus. Scout CT. Ja, und close, close off. Lang raus, lang raus. Richtung Tür geht der? Dort pusht. Von lang kommt auch Röder. Läuft. Lang raus. Ich kassier durch wann, der dann? Dings weg. Nein, zwei vor Tür. Beide. Zwei vor Tür. Beide an der Tür jetzt. Einer noch T spawnen. Dann geh mal innen. Ja. Oder hat Tür jetzt gleich? Steck einmal. Oder du musst Tür aim? Schön, schöne hits, schöne hits. Aber sie gehen jetzt rein. Dann kann das abgesmaugt. Ne, time ist schlecht. Oder mach du nur Tür. Loch ist gedeckt. Ich hab richtig ein Fenster. Sauber. Ja. Hat das frei. Beide vor Tür. Herr Headshot. Peter. Ja. Mach du Loch. Jawoll. Und jetzt ist rechtslos hier. Bescheid. Ich hab's gemacht. Schön. Runde. Nice. Gut. Gut. Mit hoch. Mit hoch. Ballen mal weg. Soll ich lang rein. Ach ja, hier kommt ja gar keinen Dunst. Das ist wild. Yeah. Nice. Das ist wild. Yeah. Nice. Du willst du mal drauf einfach? Ach nee, ich komm. Ich komm mit. In dem Spiel kriegst du ja noch weniger Geld. Ich werd nur geblockt. Ich auch. Oh, hier riecht sie nach Ankerkraut. Das ist gar nicht ganz so geil, oh. Boah. Fluss rechts und gleich K. K. Let's go. Noch Booster, einer Bock? Ich lauere immer raus. Oh, das ist nicht wie die Nate an. Ander kurz gewesen. Danke. Und hopp mit. Hopp mit. Hopp mit. Hopp mit. Zwei mitte unten. Noch einer. Vorsicht, Vorsicht, CT. Vierte Glas. Slow. Let's go. Gibt da irgendwo ne richtige Waffe? E oder F? E. Das ist aber auch wirklich in jedem Game anders. E oder F? Wie lange hast du keinen Rang mehr, Dalo? Boah. Keine Ahnung. Schlang rausflaschen. Wie lange. Wie das DMG vielleicht sogar noch? Ey, es geht gar nicht. DMG Christoph mit einem neuen Account. Flaschmutter. F? 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 Keiner Lang. F? 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 aber man erzählt es mag man liegt nicht eine licht ja wir haben sie haben sind gut bei alter was sind das für smokes die die war nicht von uns die kurzen kurz rein kurz ist das was kann glaube ich jetzt nicht mehr b der ist schon immer verlangen oder mit auch wenn ich bin ja nicht schon weg bringt ich habe gott nicht gecheckt am a vielleicht steht der gott war es doch gut so ich ja ich habe alles ich habe und ich habe dann kann man checkt eigentlich treppe ist hinterher gestechen vielleicht was will ich mit der bombe meister was lang warum spielen wir eigentlich das zwei weißt du was er so gemacht hat es steht da recht und spot glaube ich zwei steht da der bengel das ist so eine oder dahinter kann ich kurz wo bringt der city close ich glaube kurz oben und so glaube ich wie dann der wirklich war ja den meinte ich ja einen habe ich kurz geholt ja ja ich dachte da stand also weil davon daraus hat er durch die smoke geschossen kann euch lang rausflaschen ich glaube da kommen jetzt ein 500 stick ich weiß nicht nein wir machen ja gar nicht so habe ich vielleicht da jetzt auch ganz viele ganz viele vielleicht ist ich sehe nichts nicht einen mann haben wir nach einer ct einer zettel hat los schon ich wollte ich noch mal lang der elevator ich bin gespannt wie lange hast du nicht mehr gespielt da haben wir das letzte mal gespielt auf dieser komischen ansteck 2.0 mit brennert ich habe es auch nicht vermisst mich ist frei auch ich habe 800 hat dann hier ist weil ich bin drauf auf spot auf spot einser vb einer Okay. Bitte. Einer. Was denn da passiert, Bruder? Ich wollte aufs Karschring. Er wurde ins Feuer geschwogelt. Ja, ihr habt jetzt zu spiel gesehen, dass da ein Modo liegt. Okay. Betrink noch rausgeholt. Du hast Gehenpreise fallen wieder, wa? So, ich B-Split jetzt, oder? Soll ich alles verkaufen? Wer hat sich da verhüpft? Das war das denn für'n Sprung? Das war echt krass. Ich smoke, ähm, B-Split. Ja, ich den Flash. Dann nimmst du die Bombe mit? Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Ist geil. ZT. 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 ODB kommt. Na klar. B ist frei. ZT. Jawoll. Ey, kurz. Ich glaube, letzter kurz, ich hatte dann Schaffen gesehen. ja das uns heute ja die waffen die hatten wirklich waffen es riecht zu können eigentlich irgendwann mal wieder was dann den maps oder so geändert so kleinigkeiten irgendwer es kommt keine pötzschutzmenge einer b oder doch einer am ohr und der versuchte einfach nicht kann nichts passieren war ja viel oder wer hinter mir ich habe immer zählt der flasht und den daraus einsam mit schaden aufschaut auf und mit unten mit down was das ist nicht glaube ich sage euch was war dein letzter rang da also mein alter dmg account wird auf silber elite master eingewenkt das hat schon kranken tatsächlich also es geht schon jetzt zeigt sich diesmal gar nicht mehr ein aufb in auf kelly war schon auf einer hat jetzt aber wenn eine an hat von denen dann über peter ich frage mal an aber nehmen das eigentlich müsste ich dich einfach nur muten in dem das fakt ist wenn nichts was mir wirklicher stimmen würde jetzt hinter links der bank auf oder denkt er kann es habe ich ganz besser frei damit hier geht aber wirklich krass rein kurz loll er gibt mein ding ist frei ihr könnt belegen einer schaut nachschaut news 34 jetzt hat er aber was macht er da immer für ein sprung wie dann ich könnte noch einer abp 1er einer kb ein guss einer ist guss 1er drauf wenn er jetzt kein arme muss alleine händeln kilian vorne ja ich habe nach hinten geguckt auf langen da kam jetzt übrigens auch weil du so viel spielst warum hat der lex mit 600 fks macht aber keinen sinn das kann immer noch wahrscheinlich nicht gekippt da ist in der ecke noch einer glaube ich frei auf b da ist er kann da drauf also b kam zwei mollis warum kriege ich dann den nacken röder habe ich nicht gehe jetzt natürlich hast du mich geht es das war mit durch die torri warum nicht passiert in die gegner was hittet mich hier ja ich dachte ich habe durch die wand erst kristin ging das hier nochmal ne runterfüben rechts und hier war genau da oben links aber ja oder so kommt also noch mal fertig oh mein gott einer ct einer ct einer b da du können auch smoken dann könnte die bombe auf jeden fall rechts los ist rechts los und b um wieder dann kippe 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 koppel kann zählen wo das ist frech er hat keine anode bist muss rechts los sein das ist ganz rechts und da ich mal eine von den neuen beiden sonst auch spielen was ist jetzt gerade aktuell na gut sind die nicht ok kurz wenn ich blind kurz noch mal kurz rein einiges was und wo rechtskloss tt auch rechtskloss tt und schön schön nette hälfte great race great match wenn die mitte bei ein bisschen anders wäre dann werde ich glaube ich geil er ist dabei der ist am k krechts den ball her da hier ist ein guter push ja ich würde so fliegen oh die gehen nach A die gehen nach B na da los bruder ich hatte nicht meine Waffe draußen weil ich dachte ihr seht die schon aber es war jungen wie lacht er denn immer mit seiner diegel rein ich dachte du hätt nen diegel gehabt ne ne Swag 7 dann brauche ich mal hilfe hier schnell ah die sind beide bei mir was geil das war nicht gut ja ja schick ich waschen durch jetzt wird es so abgedrückt hätte vielleicht und ausgehobt getroffen und war es genau drauf 19 worden habe ich dem leider nur gehen wir haben eingekickt war dass der der immer gesagt hat in den kittern nee da ist noch drin ist der zweite ah hm 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 gut links jo langsinn krieg du ich gewann der schuss war für dich der schuss war für dich Röder oh ja oh jetzt vielleicht komm na komm bitte ist was rungun mit raus scheiße mann 93 in 2 wir wollen leicht D hoch ich habe eine flash, flash dich durch Schuss von A und B glaube ich oder? ich glaube Bombe ist B wir haben noch einen flash ich bin rechts los von dir rechts los von dir ja bigbox wow schön what the fuck sauber was kostet die eigentlich mittlerweile? ist auch schweineteuer oder? 300 plus glaube ich teuer ist das aber immer noch die crimson web glaube ich oder? ja ja die hat eric ich weiß auch nicht wie teuer die ist die war damals halt schon 300 euro wert doch eric hat die die ich hatte auch früher eine fn ich hatte auch früher eine fn ist der track print stream ich noch teurer fn ne die koste doch hast du statrack ja doch kann sein aber das ist das kranke ist halt das das die nur eine lila glaube ich ist die crimson web oder eine blaue sogar nur ne die ist blau blau oder lila glaube ich ziemlich sicher dass die blaue ist ja いう eine sp aber einer b noch zwei b die kommen b eine mitte unten wir sind links nach der wand gewesen jawoll noch einer links nach wo mitte lower ja beide glaube ich im chat sagt jemand die ist perfect ich war mir relativ sicher dass die blaue war sogar nur crimson die gedacht ich ist auch blaue ne die ist perfect tatsächlich glaube ich ich habe ich habe die ganze an den revolver gebracht der ist blau der erst blaue die ganze revolver gedacht aber man muss keinen sinn der war ja nicht so teuer denke auch immer den revolver 90 euro aber was ist der trick war früher mal so viel wert mich hat keiner gesehen in base steht noch eine mitte raus einer einer ist mit er aus wieder zurück 600 euro ungefähr noch ein die sind jetzt alle weg das sehen wir die ränge von denen nicht mehr einer hat minus 90 verlangen war noch ein noch mal so ein wilden röder macht das fertig da jetzt und jetzt kriegen wir die ränge wirklich nicht mit der willst du willst du willst du willst du willst auch nicht zeigen vom mitte hoch der wird safe mitte des links ja 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 es liefste mehr genau dahinter lang drin hat headshot das ist auch gegangen aber was sagt ihr vielleicht höchstens und ich hätte die so gerne auf die können die ringe aber checken mit der mit dem lobbying da man ich bin le ich gehe wieder auf er ist global das war eine full global lobby war das no way ja einfach nur ein normaler adler das war eine full-time-time-time-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-trenge-tren